Kommen wir zum letzten Teil des Themas Rückmeldung und damit zur dritten Forderung, nämlich der Forderung nach Lokalität. Wir hatten jetzt schon die Differenziertheit der Rückmeldung, dass wir also differenziertes Feedback und Feedforward immer brauchen. Wir hatten die Unmittelbarkeit der Rückmeldung, also dass wir zeitlich nah drankommen müssen an die Handlung. Handlung und Reaktion müssen zeitlich nah aneinander sein. Und jetzt müssen wir noch die räumliche Nähe betrachten, denn auch das ist wieder wichtig, dass wir die Rückmeldung räumlich nah koppeln an die Handlung, die wir durchgeführt haben. Und das stellt uns natürlich wieder vor Schwierigkeiten. Da können wir uns mal wieder angucken, wie das eigentlich gehen kann. Schauen wir nochmal auf die Definition Lokalität der Rückmeldung. Lokalität der Rückmeldung bedeutet, die Wahrnehmbarkeit von Rückmeldungen zu erhöhen und ihr Ablenkungspotenzial zu verringern, indem sie an dem Ort dargestellt werden, auf dem sich die momentane Wahrnehmung richtet. Okay, wohin richtet sich denn die momentane Wahrnehmung? Schauen wir uns das nochmal an einem Beispiel an. Hier am Parkautomaten am Massbahnplatz in Paderborn. Den hatten wir ja schon mal, also schon wieder, dieser Parkautomat. Dieses Mal gucken wir uns aber nicht die Zuordnungen an, sondern, also das hatten wir beim letzten Mal, dass wir geguckt haben, wo stehen denn die Beschriftungen zu den entsprechenden Knöpfen. Das ist durcheinander, das wissen wir schon, sondern wir schauen uns auf diesem Automaten mal an, wo die jeweilige Rückmeldung kommt. Also wenn ich einen Knopf drücke, wo erscheint denn dann die Rückmeldung zu dem, was ich gerade getan habe? Und dann gucken wir mal, aha, also wenn ich hier drücke, dann erscheint die Rückmeldung dazu da. Wenn ich oben was reinstecke, dann erscheint die Rückmeldung auch da. Und wenn ich hier auf diese Knöpfe drücke, dann erscheint die Rückmeldung auch da. Und wenn ich Geld einwerfe, dann erscheint die Rückmeldung auch da oben. Nur wenn ich fertig bin, wenn ich auf den grünen Knopf drücke, dann erscheint die Rückmeldung da links, dann kommt nämlich da was raus. Das ist das Einzige, wo mal die Rückmeldung woanders ist. Was ist hier das Problem? Man hat hier einen einzigen Bereich mit Rückmeldung, nämlich nur eine einzige Anzeige. So hat man sich das hier gestaltet. Und viele Eingabeknöpfe, die über das komplette Feld des Automaten verteilt sind. Und das bedeutet, zwischen der Eingabe und der Rückmeldung ist eine räumliche große Distanz. Wo ist das ein Problem? Das ist dann ein Problem, wenn ich dann die Rückmeldung nicht bemerke. Und ihr kennt das schon zur Genüge. Es kommt in fast jedem Video einmal vor. Der Bereich der Wahrnehmung ist klein, der Bereich der scharfen Wahrnehmung. Das heißt, wenn ich unten an so einem Knopf irgendwo was drücke, dann sehe ich im Zweifelsfalle gar nicht, dass sich oben in dem EIS-Gabefeld etwas geändert hat. Und hier ist es sogar nicht mehr nur der Bereich der scharfen Wahrnehmung, sondern es kann gut sein, dass es gänzlich aus dem Bereich der Wahrnehmung verschwunden ist, wenn ich unten gucke und oben sich etwas ändert. Man könnte das hier auch anders gestalten. Natürlich überall Anzeigen anzubringen ist vielleicht nicht so wahnsinnig sinnvoll, aber man könnte zum Beispiel durchaus, wenn man auf Tagesticket drückt, diesen Knopf Tagesticket leuchten lassen oder da drumherum etwas leuchten lassen. Und dann müsste man gar nicht oben wieder gucken. Das wäre dann überhaupt nicht mehr notwendig. Das wäre eine Möglichkeit. Wie können wir dem begegnen? Wir müssen die Rückmeldung da unterbringen, wo der Nutzer gerade hinschaut, wo also der Fokus der Wahrnehmung gerade ist. Das Problem ist nur, woher wissen wir denn, wo der Fokus der Wahrnehmung gerade ist? Wenn wir irgendwo auf dem Bildschirm herumschauen oder vielleicht auch gar nicht auf dem Bildschirm gucken, woher sollen wir denn wissen als Gestalter, wenn wir etwas anzeigen wollen, wo der Nutzer gerade hinguckt? Man könnte das natürlich versuchen mit technischen Geräten wie Eye-Trackern oder so herauszufinden, aber das ist ja irgendwie Spielerei jetzt an dieser Stelle. Wir wollen ja jetzt nicht ganz neue User-Interfaces bauen, sondern wir wollen ja mit den User-Interfaces arbeiten, die es gibt. Woher wissen wir denn, wo der Nutzer hinguckt? Ja, wir wissen es schon relativ oft. Eben beim Parkautomaten wussten wir es ja auch. Wenn man einen Knopf drückt, dann guckt man dort auch hin. Das ist das, was man üblicherweise tut. Wenn man an einer Stelle handelt, dann guckt man auch dorthin, denn man will ja diese Kopplung von Handlung und Wahrnehmung erreichen. Es gibt Situationen, wo man das nicht macht, aber das muss man sich antrainieren. Also beim Autofahren zum Beispiel, dass man nicht auf den Schaltknüppel guckt beim Schalten, das wird einem antrainiert. Da kriegt man richtig Ärger vom Fahrlehrer, wenn man das macht. Oder auch beim Tippen auf einer Tastatur, da hat man sich das antrainieren können, dass man nicht die ganze Zeit auf die Tasten guckt und dann hinterher am Bildschirm ganz überrascht ist, was da eigentlich zu sehen ist. Sondern, dass man hier blind tippen kann und am Bildschirm dann sieht, was passiert. Aber auch das ist antrainiert. Das geht nicht so ohne weiteres. Im Normalfall ist es immer so, dass da, wo ich handle, auch die Wahrnehmung ist. Und das kann man sich natürlich zunutze machen. Wir sehen das hier auf der rechten Seite. Das ist so ein Schaltsystem für irgendein Fahrgeschäft in einem Freizeitpark. Und ihr seht da diese Knöpfe und einige Knöpfe leuchten. Und wenn ich einen Knopf drücke, dann leuchtet eben genau dieser Knopf. Das kennt man auch an anderen Stellen. Im Auto zum Beispiel, dass Knöpfe, die man betätigt und wo man etwas auslöst, dann anfangen zu leuchten. Und das ist natürlich eine lokale Sache. Denn da, wo ich hingeguckt habe und draufgedrückt habe, da sehe ich dann auch, dass sich tatsächlich etwas verändert hat. Das, was ich steuere, könnte ja ganz woanders sein. Ist es ja in diesem Falle auch. Es handelt sich ja um die Steuerung von irgendeinem größeren Gerät. Und was ich da steuere, das sehe ich im Zweifelsfalle gar nicht. Aber ich sehe immerhin, dass ich etwas getan habe. Fürs User Interface sehen wir links so ein Beispiel. Beispiel hier, ich habe geschrieben, dies ist ein und dann kommt eine automatische Vervollständigung. Ein Vorschlag für eine automatische Vervollständigung. Und wo erscheint dieser Vorschlag? Da, wo ich tippe. Denn während ich tippe, ja gut, schlimmstenfalls bin ich ein ungeübter Tipper und gucke auf die Tastatur. Dann werde ich es nicht bemerken. Aber wenn ich einer bin, der blind tippen kann und gucke auf den Bildschirm, dann gucke ich mit Sicherheit dahin, wo der Cursor gerade ist. Nämlich da an die Stelle, wo ich weitere Buchstaben hinzufüge. Und da wird auch die Anzeige gemacht, dass ich eine Autovervollständigung habe. Also die Rückmeldung kommt an dieser Stelle. Wenn das nicht so ist, kann das sehr problematisch werden. Guckt mal hier. Ihr seht hier zwei Screenshots. Und die sind auf den ersten Blick sich sehr ähnlich. Und der Unterschied ist erst einmal, ich habe hier ein Bild und auf der linken Seite ist das Bild nicht selektiert und auf der rechten Seite ist das Bild selektiert. Dass das Bild selektiert ist, sieht man an diesen Punkten, die drumherum erscheinen. Und das ist ziemlich lokal. Denn ich gucke das Bild ja mit Sicherheit dann an, wenn ich es selektiere. Und dann erscheinen dann da diese Punkte. Das ist gut. Aber es ändert sich auch noch mehr im Bild. Es ändert sich nämlich oben die komplette Icon-Leiste, die wird ausgetauscht. Also die zweite Zeile davon hier, die wurde ausgetauscht jetzt gegen Operationen, die jetzt für das Bild da sind. Und das ist eine Rückmeldung, die es gegeben hat. Nämlich eine Reaktion auf die Eingabe, dass ich da was selektiert habe. Aber die ist so weit weg, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ich das gar nicht wahrnehme. Und dann auch diese neuen Optionen gar nicht gewahr werde. Und das ist natürlich etwas, was man tunlichst vermeiden sollte. Also es gibt da bessere Lösungen. Man könnte zum Beispiel direkt an dem Bild die weiteren Optionen einblenden. So wie man das in einiger anderer Software auch macht. Schauen wir uns ein schönes Beispiel an. Hier von Outlook.com, also von Microsofts E-Mail-Dienst. Das ist nicht mehr die aktuellste Version, aber in der aktuellsten Version geht das immer noch sehr ähnlich. Und wir schauen mal, wo wir hier Rückmeldungen haben, und zwar lokale Rückmeldungen haben. Was mache ich hier? Ich mache hier Move to und möchte dann einen neuen Ordner anlegen. Und guckt mal, wo ich den neuen Ordnernamen eingeben kann. Genau da an der Stelle. Toll. Das heißt, die Rückmeldung zu der Eingabe, die Reaktion auf die Eingabe, ist genau an dieser Stelle erfolgt. Ideal. Genau so sollte das möglichst sein. Das funktioniert auch hier zum Beispiel. Wenn ich hier sage New Subfolder, dann erscheint das auch genau an dieser Stelle. Und ich kann genau an dieser Stelle den neuen Unterordner erzeugen. Bei Apple ist es nicht so ideal gelöst. Schauen wir mal hier. Ich sage hier Neues Postfach. Ja, und dann erscheint ganz woanders auf dem Bildschirm die Eingabe, wo ich dann eingeben kann, welcher Name da für dieses neue Postfach gewählt werden kann. Die Animation, die ich hier gerade hatte, sorgt wahrscheinlich dafür, dass die Aufmerksamkeit dann dorthin wandert. Aber selbst wenn das so ist, wenn ich also die Aufmerksamkeit wechsle, dann habe ich trotzdem die Zuordnung ja verloren an dieser Stelle. Und ich muss hinterher an die andere Stelle wieder zurückgucken. Das ist bedauerlich. Also eine lokale Eingabe wäre auf jeden Fall an dieser Stelle besser gewesen. Und an anderer Stelle wird das auch gemacht. Wenn ich zum Beispiel im Kalender ein neues Ereignis hinzufüge, dann erscheint das Eingabefeld für dieses neue Ereignis genau an dieser Stelle. Da wiederum wurde das auf hervorragende Art und Weise lokal gelöst. Auch wenn ich hier oben auf das Plus drücke, dann erscheint auch die Eingabemöglichkeit genau an dieser Stelle. Da haben sie es richtig gemacht. Beim E-Mail-Programm haben sie es schlechter gelöst. Da merkt man, wie inkonsistent das häufig innerhalb eines Softwarehauses auch ist, wenn man sich da verschiedene Softwareprodukte anguckt. Ich habe ja eben gesagt, da wo ich handle, da ist auf jeden Fall der Ort auch, wo ich hingucke. Das bedeutet an einem Schreibecursor oder an einem Mauscursor. Und dieser Mauscursor, Mauszeiger, der ist ein Ort, an dem man sehr gut Informationen unterbringen kann. Und das kennt ihr alle davon, dass sich der Mauszeiger ändert. Auf der linken Seite ist so eine klassische Auswahl von verschiedenen Mauszeigertypen, die sich ändern oder die gewählt werden, je nachdem, was man mit dem Mauszeiger eigentlich gerade tut. Ob man damit einen Schreibcursor positioniert, ob man etwas vergrößert oder verkleinert oder was auch immer es ist. Der Zeiger selber ändert sich. Und dass man das am Zeiger macht, liegt halt eben genau daran, dass die Wahrscheinlichkeit auf 100% zugeht, dass derjenige, der am Computer arbeitet, dahin guckt, wo der Mauszeiger ist. Man guckt eigentlich immer dem Mauszeiger hinterher. Auf der rechten Seite sehen wir das schön, wie umfangreich diese Informationen sein können. Ich habe ja hier dieses Bild auf der rechten Seite gehabt, wüste.jpg, und mache jetzt eine Drag-and-Drop-Operation. Auf den Desktop. Und jetzt seht ihr, hier ist gar kein Mauszeiger zu sehen, aber das Objekt selber ist zu sehen. Und die Information, was passiert, wenn man jetzt loslassen würde, steht genau an dieser Stelle. Wir haben hier ein differenziertes Feedback. Um welche Datei handelt es sich eigentlich, die ich verschiebe? Und ein differenziertes Feedforward, nämlich nach Desktop verschieben an dieser Stelle. Super. Also eine super Lösung, wie man die Lokalität der Rückmeldung ausnutzt, um an dieser Stelle eine differenzierte Rückmeldung zu geben. Nicht irgendwo anders auf dem Bildschirm, nicht in einer Statusleiste oder sonst wo, sondern genau an dieser Stelle, wo man weiß, dass die Wahrnehmung gerade liegen muss. Hier an einem älteren Beispiel eines Grafiksprogramms am Mac. Schaut mal hier den Mauszeiger an. Das ist dieses Kreuz. Und direkt daneben steht, was man tun soll, um diese Funktion, die gerade ausgewählt ist, eine Bemaßung durchzuführen. Steht da auf den ersten Punkt klicken. Ich kann den Mauszeiger also irgendwo hinbewegen. Dann klicke ich. Dann ändert sich das. Dann steht da auf den nächsten Punkt klicken. Dann gehe ich dahin und klicke dann auch wieder. Ja, das sieht man heute leider relativ selten, sah man immer relativ selten. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr praktische Art und Weise, direkt am Mauszeiger etwas anzuzeigen. Ich habe es hier tatsächlich einmal gefunden im Grafikprogramm Pixelmeter, wo man etwas auswählt. Hier zum Beispiel einen Klonpinsel, einen Kopierstimpel würde man im Deutschen dazu sagen. Und mir wird direkt an Ort und Stelle angezeigt, was ich jetzt als nächstes machen muss. Wer das in Photoshop zum Beispiel mal macht, der sieht, da funktioniert es ganz anders. Da wähle ich diese Funktion aus und dann kriege ich einen ganz normalen Mauszeiger angezeigt. Und wenn ich dann klicke, dann kriege ich eine Fehlermeldung, dass ich erst mit der Alt-Taste gedrückt irgendwo hin hätte klicken müssen. Anstatt, dass an dieser Stelle steht, was ich eigentlich machen sollte. Da wurde also dieses Potenzial verschenkt. Das ist bei Adobe an dieser Stelle offensichtlich noch nicht angekommen. Schaut es euch hier mal an. Ein ganz blödes Problem, ganz böses Problem. Ich möchte hier in diesem Programm etwas löschen. Dafür muss ich erstes markieren. Jetzt habe ich das markiert. So, jetzt kann ich löschen. Das ist schon relativ weit weg. Und dann steht hier ganz unten im Fenster löschen. Und ich habe überhaupt gar keine Relation dazu. Es wird mir überhaupt nicht klar, dass das unten mit dem da oben wirklich zusammenhängt. Das ist eine räumliche Trennung. Und es steht auch noch nicht mal da, auf welches Objekt sich das eigentlich gerade bezogen hat. Also ganz schlecht gelöst hier an dieser Stelle die Lokalität. Und was Microsoft in seiner Online-Version gut kann, das können sie leider in ihrer Windows 10 Mail-Version dann wieder nicht. Da passieren ganz komische Dinge, was Lokalität angeht. Schaut euch das mal an. Ich klappe was auf. Das ist noch relativ lokal. Jetzt drücke ich auf Plus. Dann erscheint was einigermaßen weit weg. Das ist schon etwas komisch. Aber wenn ich hier unten etwas anklicke, dann ändert sich vom anderen Bildschirmrand her was. Warum das denn? Warum ist denn diese Handlung und die Reaktion an dieser Stelle so weit auseinander? Muss das sein, dass das so weit auseinanderfällt? Da hätte man doch auch irgendwie etwas Lokaleres hinbekommen können. Soviel zu diesem Aspekt der Lokalität der Rückmeldung und der entsprechenden Forderung nach Lokalität. Ich habe noch zwei kleine Dinge, die ich euch noch erzählen möchte, die ich gerne noch ansprechen möchte. Und dann sind wir mit dem Thema Rückmeldung auch gänzlich fertig. Das eine ist Designkonflikte. Gibt es eigentlich Designkonflikte bei der Rückmeldung? Wir haben ja gesagt, es treten eigentlich bei Gestaltungen immer Designkonflikte auf. Und die gilt es dann immer zu lösen. Und deswegen lohnt es sich natürlich auch hier mal zu gucken. Also für die Unmittelbarkeit gibt es eigentlich so direkt keinen Designkonflikt. Es gibt nichts, was der Unmittelbarkeit widersprechen würde, was wir haben. Das heißt, einen Designkonflikt in diesem Sinne haben wir nicht. Wir können aber natürlich das Problem haben, dass wir Unmittelbarkeit fordern, aber eine lange Laufzeit haben. Aber da haben wir schon über die fortlaufende Rückmeldung gesprochen im vorherigen Video. Die Differenziertheit der Rückmeldung, die verursacht natürlich Probleme. Denn wenn ich differenziert bin, heißt das, ich muss Platz spendieren. Denn ich muss im Zweifelsfall irgendwie viel Text hinschreiben oder ich muss irgendwelche Pfeile hinmalen oder sowas. Ich brauche also viele neue Elemente auf dem Bildschirm. Und das kann natürlich problematisch sein im Zusammenhang mit Übersichtlichkeit und Erkennbarkeit. Man kann sich das da überlegen, wie man das austarieren möchte. Eine gute Möglichkeit ist zum Beispiel, dass man Differenziertheit granular gestalten kann, dass man das an- und ausschalten kann in gewisser Weise. Dass man also sagen kann, ich kann vielleicht eine zusätzliche Inhaltsbeschreibung, eine weitere zusätzliche Beschreibung aufklappen. Ansonsten ist die Differenziertheit etwas, was dominiert. Also es sollte die Differenziertheit nie für etwas anderes geopfert werden, wie Übersichtlichkeit oder Erkennbarkeit. Dann muss man im Zweifelsfalle weniger Elemente auf eine Bildschirmseite packen. Dann kriegt man Probleme mit der Kontinuität, über die wir als nächstes noch sprechen werden. Aber nun mal so ist es dann. Also da gilt es, eine Abwägung fast zwischen all diesen dreien zu machen. Aber die Differenziertheit sollte nicht hinten überfallen. Denn ohne Differenziertheit kann man ein Computersystem eigentlich gar nicht richtig benutzen. Die Lokalität der Rückmeldung ist auch etwas, was Platz braucht. Denn wenn ich lokal etwas rückmelden will, dann brauche ich an der Stelle ja auch eine Möglichkeit dazu. Das heißt, ich brauche dafür Platz. Man kann hier aber mit Einblendungen oder Überblendungen arbeiten. Man muss ja nicht irgendwie gleich so viel auseinander drücken. Man muss ja nicht, wenn irgendwie was eingeblendet werden soll, gleich alles weg verschieben. Sondern man kann ja so ein kleines Fensterchen einblenden oder so eine Sprechblase einblenden, wie ich das hier auf den Folien manchmal mache. Und schon hat man kein Problem mehr damit. Da ist das eine gute Technik dafür. Der letzte Aspekt, den ich mit euch noch einmal besprechen möchte, ist der Klänge als Rückmeldung zu verwenden. Und ja, dazu möchte ich euch ein kleines Video zeigen. Ich habe ja selbst schon empfohlen, Klänge zu verwenden an einigen Stellen. Nämlich zum Beispiel dann, wenn eine Eingabe gar nicht möglich ist, dass man dann so ein Geräusch oder sowas macht. Das ist natürlich eine sinnvolle Nutzung von Klängen. Oder auch einen Klang einzublenden, wenn man fertig ist mit etwas, um die Aufmerksamkeit wieder zu lenken. Da werden wir bei Attentionalität nochmal drüber sprechen. Aber was man auf keinen Fall machen sollte, ist Klänge ganz intensiv zu verwenden. Die Idee gab es mal. Bei Apple wurde das mal versucht, dass man über so Audio-Icons, da wurde das genannt, arbeitet. Und auch quasi jede Systemaktion mit einem Klang versieht. Und was ihr hier seht, ist ein Mac OS 9 in einem Emulator. Und da habe ich diese Funktion eingeschaltet. Schaut euch das doch bitte mal an. Also ich kann mir da nicht helfen. Mich erinnert das immer an die Sendung mit der Maus. Dieses Klick und so. Das ist natürlich extrem nervig. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand ausschaltet oder die Klänge dann ganz ausschaltet, ist dann sehr, sehr hoch. Also wenn ihr Klänge für die Rückmeldung verwendet, dann verwendet sie bitte wirklich ganz, ganz, ganz sparsam. Bitte nicht den Nutzer mit Klängen so überfluten und derartig nerven. Klänge sind etwas, was im Ausnahmefall erscheinen sollte. Man kann sagen, ein Klang ist ähnlich wie etwas in Rot irgendwo hinschreiben. Das sollte man wirklich in ganz kleiner Dosis nur machen. So viel an dieser Stelle zum Thema Rückmeldung. Und in den nächsten Videos geht es weiter mit Prozessen. Denn wir haben jetzt die Eingabe und die Ausgabe und haben auch ein bisschen schon über Verarbeitung gesprochen. Nämlich dann, wenn wir Langläufer haben und müssen die Rückmeldung über den Verarbeitungsprozess machen. Aber diesen Verarbeitungsprozess, den gilt es ja auch zu kontrollieren. Und darum geht es in den nächsten Videos.